setzte immer Ziele im Leben und versuche, diese Step by Step zu erreichen. Mein Vater bezahlte mich eigentlich ganz ordentlich, doch leider durchkreuzte Vater Staat alle Pläne. An einem Tag im März fiel mir ein blauer Umschlag in die Hände. Die Bundeswehr konnte auf mich nicht verzichten. 15 Monate verschenkte Lebenszeit lagen vor mir. Ich fasste es nicht, ich musste mir dringend etwas einfallen lassen. Die augenscheinlich rettende Idee lag in einem Passus des Wehrpflichtgesetzes. Bei einer sogenannten Unzumutbarkeit des Soldaten für die Truppe würde von einer Ableistung des Wehrdienstes abgesehen werden. Unzumutbar zu sein, das würde ich doch irgendwie hinkriegen. Ich wusste auch schon wie. Mein Vater wollte sich aufgrund seines ganzen Stresses, den er als Chef hatte, auch mal was gönnen. Und so gönnte er sich einen 500er Mercedes AMG. Mit Front- und Heckspoiler, breiten Reifen und einer Soundanlage, die eine ganze Disco hätte beschallen können. Das Teil war so ziemlich das dickste, was man in den 80ern über den Asphalt steuern konnte. Der eintische Knüller aber war, dass Vater sich zu Werbezwecken einen Außenlautsprecher hat einbauen lassen. Man konnte bequem vom Benz aus mit den umstehenden Leuten kommunizieren. Ich lieh mir die Kiste kurzerhand aus. Ich war mir sicher, dass für einen Stabsfeldwebel ein Grundwehrdienstleistender in einem Auto für 100.000 Mark bestimmt unzumutbar sein würde. Sonntagnachmittag vor Dienstantritt fuhr ich also mit dem Schlitten meines alten Herrn vor der Kaserne vor und aktivierte den Außenlautsprecher. Fliegergeist meldet sich zum Dienst. Den Ton, der hier herrschte, hatte ich schon mal drauf. Das Tor öffnete sich aber nicht. Also versuchte ich es wieder. Fliegergeist meldet sich zum Dienst. Schallte es aus dem Kühlergrill. Tatsächlich ging daraufhin die Einfahrt auf. Der Diensthabende im Wachhäuschen schüttelte den Kopf. Er sagte kein Wort, als er meine Unterlagen kontrollierte und mich passieren ließ. Die Bundeswehr hatte sich für mich was ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Stelle im Bereich dezentrale Beschaffung. Diese Abteilung hatte die Aufgabe, alles, was im Depot nicht vorrätig war und unvorhergesehen gebraucht wurde, möglichst schnell zu besorgen. Was im Grunde eine Strafaufgabe sein sollte, entpuppte sich für mich schnell als Glücksfall. Denn Dinge beschaffen, das konnte ich. Die neue Aufgabe brachte es mit sich, dass ich bald mit vielen wichtigen Leuten in Kontakt kam. Und nach ein paar Wochen bekam ich ein Gespür dafür, wie man womöglich Sachen aus Vaters Repertoire andrehen konnte. Sonnenbrillen, Uhren und Klamotten zum Beispiel. Meine Stammkundschaft, die sich regelmäßig eindeckte, reichte vom Unteroffizier bis zum General. So bescheuert diese Zeit auch unterm Strich gewesen ist. Ich erweiterte immerhin mein Netzwerk um viele Kameraden und verdiente mir dadurch ganz ordentlich was dazu. Und ich habe gelernt zu improvisieren. Ich bin sicher, dass ich ohne diese Erfahrung alles, was danach kam, anders angegangen wäre. Wenn euch mal jemand Steine für die Füße schmeißt, die sich beim besten Willen nicht wegräumen lassen, überlegt euch, wie ihr drumherum laufen könnt. Ein Ausweg gibt es immer, selbst wenn es mal keine Abkürzung sein sollte.